Mein Messer ist kaputt. Kannst du mal häuten? Ich komme, ich komme, ich komme. Hier, halt! Mein Messer ist auch kaputt und ich habe gerade die Steine weggepackt. Schön, das sind die gut. Gib mir einen Kackstein jetzt! Das Wald, wirklich! Wieso? Ja, da liegen die Knochen, Mann! Ich will noch einen zweiten Schlafsack machen. Wir müssen zwar sowieso das Feuer nach drinnen machen, aber... Klima im Dunkeln, das ist nicht schlimm. Kein Problem. Ne? Das Ding hat fünf Fälle gebracht. Fünf? Ui! Warte, ich habe 14. Oh, nee, ne? Was? Ist denn hier irgendwo noch ein Kanickel? Haben wir noch ein Wildfleisch-Rippchen. Vier Stück und noch rohes Fleisch. Ja. Wäre schön. Die Karotte ist fertig. Grillkarotte nehme ich mal raus. Vielleicht gleich mal konsumieren. Ich will ja doch irgendwo noch so ein... Konsum. Es ist auch krass, dass da Messer und Gaben drüber sind. Du hast drei Stück bei dir, aber was ist da? Ja, ich glaube, ich habe das schon. Drei Stück hast du da? Drei Zeichen? Wirst du angegriffen? Bist tot? Nein. Boah! Ja, ich muss doch wissen, ob ich dich retten muss. Mhm. Natürlich. Aber teuer das Game? Ja. Also, ich habe es günstiger geholt. Teuer? Ist das? Weiß ich ja nicht, was du bezahlt hast, ne? Also, ich weiß es nicht, weil ich habe das schon lange. Ich habe auch alle DLCs, alle. Also komplett nicht alle. Habe ich alle DLCs? Nein, ich glaube nicht, ne? Aber ich würde immer mal gucken über Instant Gaming oder Eneba oder... oder sowas. MMOGA. Genau, oder da. Steht im Chat. Ja, zum Beispiel. Oder auch... Also, da sind mehr Sachen, wo man da mal gucken kann. Also, muss ja nicht immer nüsten sein. Da mäht was. Ich bin Level 4. Nehm dir Mäht es. Es ist mir egal, ich bin Level 4. Ich baue dir jetzt einen Schlafsack. Bin sehr begeistert von dir. Welch ein Rohr? Oh mein Gott. Du musst nur am Juppeln, ne? Es ist wirklich unfassbar. Du musst eine Feuerstelle hier reinbauen. Irgendetwas, sonst können wir nämlich nicht schlafen. Ich habe hier... Was? Ich habe doch hier Feuer. Nein, da müssen wir Feuer da reinbauen. Weil sonst können wir nicht... Ich muss nicht Feuer hier reinbauen? Ja. Weil versuch mal zu schlafen. Warte. Ich versuch mal. Nein, ich baue hier ein Feuer hier rein. Da steht... Da musst du stehen. Oder Kinguin. Drücken ins Bett legen, eh. Da habe ich. Liegst du? Nein. Geh mein Bett jetzt. So, aufstehen. Nee, ich bleibe jetzt liegen. Jetzt ist mir los. Nix. Raus aus den Fehlern. Nein. Das guckt sich das einer an. Raus, shit. Sie liegt übrigens mit Fackel im Bett. Ist das das Nachbarn? Was? Oder was? Glaubst du, du hast anders gelegen? Was hast du denn in der Hand? Eine Fackel? Ach. Warum trinke ich mal aus diesem verseuchten See? Ist das schon Wasser, Regenwasser drinne? Ja, weiß ich nicht. War vorhin welches drin? 100% Haltbarkeit. 5 Liter. Ja. Oh, guck mal. Nix mehr. Kannst du trinken? Ja, ich habe jetzt schon Parasiten. Danke. Das, ähm. Wenn du jetzt sagst, was dir das leid tut, dann hast du gleich einen Pfeil in deinem Hintern. Das hau-spiel ohne DLC bei Steam. Es hat mich über slim meno 99 und bei MMO war. Ja, okay. Ah, da ist ein Pferd, Guck. Tschööööööööööööö. ja ich würde sagen wir müssen gucken wir müssen jetzt ganz fix gucken dass wir auf level von bei wenn wir auf level 15 dann kann wir schon noch so einiges freischalten darauf müssen wir jetzt erst mal hinarbeiten wir können ja mal eine höhle nein wir müssen erst die boden packt dass die botschaft kam bei mir auch an warum warum ist da jetzt ein weinendes was ist da los warum bist du denn drauf ich habe ja ich habe auch noch aber ich wollte jetzt erstmal alles behalten was damit wir gleich und du kannst aber die talente die kannst du vergeben du kannst ja mal auf den jetzt gehen auf doch mal auf mehr last tragen ist das nicht das richtige eine stunde noch ja mehr last tragen wäre gut weil ich bin überladen kann hier nämlich auch wunderschöne vor allen dingen ist das nachher wichtig wenn wir das die erze holen titan und platin und so das ist alles verdammt schwer gold kupfer doch jetzt haben wir dann 100 der stapel sind macht andreas ist gebraucht ein schleppi ja ja nichts anderes habe ich erwartet also wer da was anderes erwartet hat ich weiß nicht ja ich bin immer lieb jeder haben brauchen wir machen ja vor allen dingen da können wir dann auch endlich knochenmesser das knochenmesser ist besser muss der volk man kann jetzt mit diesen einen dlc kann man auch will wölfe zähmen und man kann auch mit katz und hund haben und ich weiß nicht was ich habe eine dlc ich habe nur das blanke spiel oder ja macht ja nichts was ist das denn hier fehlt noch ein level von die hälfte etwa warum ja auch ein bisschen mehr er klopp mal ich gucke jetzt gerade hier habe ich irgendwie das 27 er was läuft da und fährt und führt wohnen bei dir auf der seite da mit baby mit baby okay ja bei mir auch die geht jetzt aber ich warte noch dass die gämse weg schießen kann ja die geht weiter geh weiter ich schlage jetzt extra kein holz ja die geht weiter ok bei mir kann ich bin doch nur bei mir am haus am großen stein bin ich wisse jetzt ist nämlich das genau das eingetreten zum beispiel und jetzt können wir aber noch nichts machen wo steckst du kannst du da bist du ja oh gott was kann ich ja ich habe ja ich mein mein problem ist und nein ja ich konnte nichts dafür sollte man mich angreifen und dass sie so das ist baby ja wir haben aber noch kein wir haben dass wir können das noch nicht so kann ich das war für warum kann ich das nicht heute nicht kann das nur einsammeln ich kann es nicht halten weil mein messer kaputt ist die greifen ein an die ich kann die nicht einsammeln warte mal ich muss erst ein stein habe ich kann nicht reparieren hatte mein haben mein messer ist heil was geht denn nicht bei mir steht einsammeln statt heute ich habe ich nicht das ist verpackt glaube ich hier steht einsammeln dabei ja warte einsammeln geht so jetzt ok ja was machst du es mit dem baby ich gehe ja das tut mir leid ich kann ich wie gesagt kommt mal weg das ist jetzt schwierig so ein bisschen also da bin ich auch nicht ja es muss es muss also wie gesagt ich würde lassen die wölfe keine überlegen chance leider sind die extrem aggressiv also da kannst du noch so großen bogen drum machen so weit die dich irgendwie einmal blickt haben greifen wirklich an das ist leider so also wurde wo rennst du rum bist du zu hause oder ja ich bin neben unserem hause am stein wir müssen unbedingt licht enden in der hütte haben das ist echt zu dunkel leder war was haben wir knochen ja 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 schwecken oxid holz ein little bit überlastet aber nur little bit so also jeder der so der so servile mag ich finde den kann man das kann man das bedenkenlos empfehlen oder wie siehst du das ja ja auf jeden fall das ist ein tolles spiel vor allen dingen daher so die ganzen quest noch dazu kommen das hat nur angegriffen weil dem die möge klaut das schämlich aber wenigstens einer der ihren charakter leckern lernt man kann ich alles teilen und durch jetzt ich brauche noch eine kiste hier ja ich weiß nicht wo die letzte hin wo schwebel drin ist kannst du was rein tun ja da tue ich jetzt die die hellerei so auch sie sich heute mal hatte habe ich ja die greifen nicht also die dass die so krass angreifen das schon professionelle minenarbeiter tausendmal auf wachsen schlag tausendmal auf wachsen ich habe keine ahnung stein meister 1 habe ich glaube 100 steiner ist ja cool stein meister 1 ich habe drei talent punkte 34 entwicklungspunkte und ein solopunkt die talent punkte musst du unbedingt vergeben die technik punkte die kannst du ja von mir aus noch aber die talent punkte die vergib mal was weiß ich mehr holz sammeln oder was auch immer du willst das kannst du ruhig machen kann ich ja muss nur aufpassen man man kann tatsächlich ins feuer laufen und sich wehtun ja du kannst doch die ganze hütte anzünden damit ist kein witz du kannst die ganze hütte anzünden wenn du durch das feuer läuft die ganze hütte in brand stecken dann stelle ich mich mal sicher hier rein ich hoffe dass wir mal noch ein gewitter kriegen talent punkte habe ich drei stück und beweglichkeit wieder aus generation bestürmen reduzierte herstellungskosten das es gibt auch mehr inventar dingens mehr erhöhte inventar gewichtskapazität da gehe ich jetzt erstmal auch immer finde ich so ein bisschen auch gesundheit gesundheit reduzierte nachteile durch überlastung ja zum beispiel das ist auch gut der steine durch abbau soll ich noch ein bisschen der witz und ein bisschen holz haben eine werkbank können wir noch nicht ich glaube das tier 2 so dann habe ich noch ein solo habe ich noch einen ja maximale gesundheit werde ich hier noch mal einen rein tun 147 ehrlich also ich habe tatsächlich dass es stimmt übrigens nicht ganz dass ich alles habe das stimmt nicht was ich nicht habe sind die außenposten es gibt ein so ein wandel entschuldigung ich habe gelesen ich habe gelesen was adres hat geschrieben hat Murmeltiere du meinst wie Murmeltiere Andreas hat geschrieben mit Zulmaß greifen dich sogar Murmeltiere an ich bin fast gestorben weil ich vor Lachen nicht richtig kämpfen konnte ja das kann ich mir vorstellen ich hätte versucht es zu streicheln du die du die zack finger ab also ich habe diese ausposten die habe ich nicht weil das finde ich total uninteressant also open world finde ich richtig gut aber diese außenposten das ist das einzige was ich nicht habe als andere habe ich damit auch gerne jeden stock und jeden stein ein auf ein trainers discord channel kannst du dich mit anderen zu wei will die paar über die spiele austauschen ich gehe nur an dem see vorbei und nicht bocken was ist denn das soll ich dir das erklären oder mal aus begann 15 artikel im komplett bündel also schon stolze summe da muss man ja mal so sagen aber man kriegt auch viel also man muss schon sagen also du kannst hier ich weiß ich habe hier wie viel stunden ich glaube wir hatten beim letzten 80 das war aber kein deal sie weil ich habe es ja auch gesehen da waren so eine komischen hat waren das für tiere was da vor uns ein nest gebaut hat ja wo sind die wies genau wir haben sie aber es kann ja kein deal sie sein oder weil ich das auch gesehen habe nee das war ein freis update aber wo sind die kiwis ich habe noch nicht ein kiwi was getan da wollte ich nur mal gesagt haben wo sind die wölfe komm her jetzt er hat schon wieder blutdurst ich muss level ja ich auch aber ich habe es bald geschafft nicht mehr so viel ich habe auch holz geklappt ja ja wenn ich gesagt dass du nicht machst du bist ja für uns das game auch was für den billig für dich ist das auch was das ist schon auch weil du auch missionen nachher machen kannst du wirklich über die ganze karte verteilt und die karte ist wirklich riesig vor allen dingen auch sehr anspruchsvoll schneedium und so du musst dann essen die richtige klamotter anziehen weil sonst war es das wünschte sie könnten jetzt schon dein bild sehen ehrlich das machen wir sehen sind es steine kloppen schon wieder ein pferd ein gewick das ja ja das machen wollen nächste woche machen ich habe jetzt schon sechs kiwis gegessen ich hoffe dass oben dahin schläuft sie hier ist meist ja ist just ich habe zum problemchen ich bin da glaube ich so ein bisschen also nur ein ganz klein bisschen baller wo sind denn hier diese ganzen tiere warum ist hier kein tier ich höre doch die wölfe wo sind die denn auch nur kommt doch mal runter stellen sich aber auch an ja vor allem wenn man nachher den emu zähmen kann und so also so eine art eben das schon richtig cool wenn er mit dem und das andere ist noch gezuckt in bison den kannst du auch zählen ob da jetzt noch mehr tut ihren zu können weiß ich gar nicht weil ich schon ausgerottet habe zu kurz nach der landung ja bestimmt nein nein nur was zum überleben nötig war so ungefähr dahinten das hier ist ein wolf hinter meinem stein nein 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 du gehst weg du böse hinter dein stein hinter dein stein wo ist dein stein nehmen und dann kommen wir jetzt mal oben auf den dings oben auf dem ding aus unserem haus ja guck mal hier guck doch ob du siehst da oben ein weil ich sehe da ist mein stein und dahinter irgendwo ist der wolf ich habe ihn gesehen da 14 ich sehe nicht aber du siehst seine dinks oder das ist alles das kann sein halt mal hol mal der messer raus weil ich muss jetzt so nah dran warum ist denn schon vorbeigelaufen und die ja ja ich habe ihn gesehen hatte ich ihn ja darunter wieso halten habe ich jetzt mitgenommen ich trage ihn auf meinen schultern okay wir werden trinken was ja geht sofort los alles nehmen und stufe 5 das coole ist man kann so viele sachen nachher du kannst durch die quest die du nachher erledigt bekommst du auch exotische materie oder wie das heißt und da kannst du dann im shop praktisch in der auf der in der raumstation sachen kaufen also wirklich tolle sachen raumanzüge du hast du mir gehört ich habe level 5 ich muss dir gerade mal eben den den wolf killen ich mache die große feuerstelle es wäre schön wenn du mal kommst ich habe dir gerade zwei wölfe am arsch würde ich was ruckelt also gemacht ist doch gut alles für alle warte ich muss erst mein messer reparieren na so so ist das gut ich habe sie nur ein sag ich dir der andere ist auch jetzt bin ich auch können ja können wir das bitte drinnen machen ja ich muss ja zumindest mal eben hier mein messer reparieren jetzt ist mein messer schon wieder kaputt ich brauche nur ordentliches messer ne jetzt bin ich jetzt weg was war meiner hier sojabohne mann mitnehmen geh mir gerade nicht auf den zünder bitte ich esse gelee orange nicht gut am abend ja ich würde dir gerne auch was nehmen das meine nervennahrung brauche ich heute selber ich würde dann normalerweise teile ich dann auch gerne aber heute leider 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 nicht was die schokolade gebe ich heute nicht heute nicht da bin ich heute nicht gelee orange und die ganzen den kunden doch gar nicht da rein was macht ihr also wirklich gibt es hier was zu essen da habe ich wir haben viel zu viele knochen ja ne ich mache jetzt knochenpfeile also von daher ist schon in Ordnung das Fell kommt da gar nicht rein aber egal machen wir das so ich war mal allen Dingen is mal ein bisschen was das Rippchen bis sonst auch hin ich bin voll gegessen tatsächlich wollte nur mal gesagt haben wenn wir wenn sie mal auf mein Dings schauen mögen nein ich bin voll